So, wie ihr seht, habe ich jetzt die vierte Variante von Agent Jones freigeschaltet, nämlich Steel Agent Jones Sprung 31. Wenn ihr den Skin auch gerne haben wollt, müsst ihr vor allem erstmal Level 49 sein und dann die Mission abschließen mit der Anomalie. Ich werde euch das Ganze hier oben rechts auf jeden Fall einfügen, damit ihr auch wisst, was ihr da genau machen müsst. Es gibt nur ein Problem mit der Aufgabe, sie backt einfach um. Denn dann das, was ihr halt da machen müsst, das Problem ist, ich habe es jetzt im vierten Versuch, hat es dann endlich mal funktioniert. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Ich hoffe halt, wenn ihr halt Level 49 seid, dass ihr die Probleme nicht mehr habt, weil es ist schon ziemlich nervig. Aber wir dürfen nie vergessen, Fortnite ist ein kostenloses Spiel. Ich hole mir jetzt erstmal meine kostenlose Belohnung in Anführungszeichen ab. Gut, Battle Pass habe ich schon bezahlt. Aber in dem Sinne würde ich sagen, wir gucken uns das Ganze auch nochmal an. Zack, wie sieht das in der Lobby aus? Das ist schon nice. Das ist schon ein schöneres Gehen. Also da, ich sage ja, der Battle Pass ist gefühlt der beste, den sie je hatten. Also auf jeden Fall ein schöneres Gehen. So, wie finde ich den Ganzen? Natürlich immer auf Letzte hinzugefügt. Ziel bearbeiten. Und ich hatte recht, es war die Pötte Variante. Also, in dem Sinne, ich hoffe, ihr könnt es auch bald erspielen. Und euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Und Like nicht vergessen.